7 zu 1. Mein Gott, haben wir Celtic auseinandergenommen. Zwei Spiele, 10 zu 1 Tore, Tabellenführer der nagelneuen Champions League, wie auch immer man es nennen will. Was für ein geiler Champions League Abend. Herzlich willkommen zurück bei Borussia Dortmund Podcast mit eurem Host Schäppi. Nein, wir reden natürlich nicht nur über Borussia Dortmund, aber eben kurz am Anfang, weil gestern war geil. Was ist eigentlich mit euch? Habt ihr so irgendwie eine Meinung zu diesem neuen Champions League Modus, wo es jetzt ja nicht mehr Gruppen gibt, sondern nur noch so eine Kompletttabelle sozusagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie gefällt mir das, weil so nach zwei, drei Spieltagen waren die Gruppen in der Champions League in der Regel immer schon so halt durch. Wenn du drei Spiele gewonnen hast, warst du eigentlich sicher im Achtelfinale. Hast du zwei verloren, warst du eigentlich schon raus aus den ersten beiden Plätzen, aus der Gruppe war schwach. Und jetzt ist halt, jedes Tor zählt, du hast verschiedenste Spiele, du hast mehr Spiele. Ich finde es gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Könnt ihr mal eure Meinung dazu lassen, das ist voll in Ordnung. Apropos Meinung lassen, bevor wir anfangen Leute. Ja, es geht um Battlefield heute. Es wird ein neues Battlefield kommen. Da gibt es richtig viele Infos. Zu dem letzten Video, als wir über das Thema Activision und ihre Cheater gesprochen haben, hatte ich zwei Kandidaten in den Kommentaren, die ein bisschen Uhrensohn-Style auf hatten und die haben eins noch nicht verstanden. Und das erkläre ich euch einmal. Ist vielleicht für die Zukunft dann hilfreich, wenn ihr es wisst. Guckt mal Leute, ich lese mir seit vier Jahren jeden Kommentar auf YouTube durch, weil ich gerne immer mit euch connected sein möchte. Und das kann ich nur, wenn ich Fragen in Videos stelle und meine Meinung gebe und nach eurer Meinung frage, die für mich wichtig ist, weil ich basierend darauf gucke, war das gut, war das schlecht, war die Frage blöd, was ist vielleicht die Idee fürs nächste Video. Und dann gibt es so Ehrenleute wie Albo zum Beispiel, der ist schon seit Jahren Abonnent bei mir und die schreiben dann Kommentare. Okay? Und meistens kriegen die ein Herz, wenn die okay sind und ich sie gelesen habe, manchmal kommentiere ich das. Es gibt aber auch richtig dumme Menschen bei YouTube, die schreiben dann hin, du bist ein Plep. Und wisst ihr, was ich seit über einem Jahr mit solchen Leuten mache? Ich rege mich gar nicht mehr drüber auf. Es verschwendet meine wertvolle Zeit, wenn ich wertlosen Leuten hinterher antworte. Und was sie nicht verstehen ist, es gibt einen Button und das ist sogar, ich zeige euch Leute. Es gibt, guckt mal, Nutzer auf Kanal ausblenden. Bei Albo ist jetzt, Albo kriegt den Haken hier, Nutzer immer genehmigt, weil er ist ein cooler Typ, der darf immer schreiben. Nutzer auf Kanal ausblenden. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Ab dem Moment, wo ich auf dem Nutzer das draufklicke, kann er alle Nachrichten schicken, die er will. Er ist aber der einzige Mensch auf der Welt, der diese Nachrichten noch liest. Es sieht aus, als wenn er weiter kommentieren könnte, aber niemand anderes liest diese Kommentare mehr. Und das mache ich mit Leuten, die nerven. Ist das nicht geil? Ich liebe diesen Button. Das hier ist einer der geilsten Button der Welt. Jetzt geht es ja aber nicht um geile Buttons, also geile Buttons, okay, Entschuldigung, sondern um Battlefield, Battlefield 7 oder es ist nicht so ganz sicher, wie es heißen soll. Laut XCAO EA Sports soll Battlefield 7 das aufwendigste und größte und beste Battlefield aller Zeiten werden. Ich glaube, wir alle erinnern uns daran, wie unfassbar schlecht Battlefield 2042 war. Ich selber war mega gehypt und hatte Bock drauf, weil das zu einer Zeit kam, wo Call of Duty so richtig reingeschissen hat. Und Battlefield war für mich so eine, zumindest habe ich das gedacht, war für mich so ein bisschen die Erlösung. So, okay, du hast ein Game, was eben auch FPS ist, was vielleicht schnell sein kann. Und ich habe sogar die Beta gespielt. Die ging ja das eine Wochenende und bei der Beta habe ich persönlich richtig Spaß gehabt, habe aber schon gedacht, Moment, eine Beta geht ein Wochenende und du hast genau eine Karte und einen Modus und in sechs Wochen soll das releasen. Und Battlefield 42 ist so unfassbar schlecht released, wie ich ein Game selten gesehen habe. Und es hat ewig gedauert, bis sie dieses Game auf einem Stand hatten, wo das für die Battlefield-Community halbwegs akzeptabel war. Und natürlich kann es sein, dass es jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, zwei Jahre später akzeptabel ist. Aber wenn du ein Game so schlecht releast, werden Leute dieses Game verlassen und nicht wiederkommen. Das gleiche galt für mich und ich konnte auch sehr viel Kritik an dem Battlefield nachvollziehen und habe sie ebenfalls geteilt. Jetzt wird und versucht EA ein neues Battlefield rauszubringen, wo wieder mehr darauf gehört wird, was die Kern-Battlefield-Community eigentlich will. Und dazu gibt es einen geilen GameStar-Artikel, den habe ich euch rausgeholt und den gehen wir einmal durch. Also, aktuell arbeiten sie an dem neuen Battlefield. Name ist unbekannt, es soll irgendwas zwischen 2027 und 2030 spielen, also wieder ein ganz kleines bisschen futuristisch und ein modernes Militär-Setting haben. Ich glaube, dass wir in FPS-Games raus sind aus der Zeit, wo wir irgendwelche zweite Weltkrieg-Spiele noch feiern. Deshalb haben wir alle keinen Bock mehr drauf. Dieses Battlefield soll zum einen eine richtige Story-Kampagne bekommen. Hatten wir jetzt im letzten nicht. Da geht es dann um private Militärorganisationen der NATO und das Ganze soll spielen in Gibraltar und in den USA. Gibraltar kann ich mir gut vorstellen, weil Gibraltar, was Landschaft angeht, unfassbar viel anbietet. Das sind so die Schauplätze, die bisher gesehen sind. 45 Waffen zum Release, das ist mehr als die Hälfte, die wir bei Battlefield 42 zum Release hatten. Und das ist etwas, was neu dazu kommt, was ich eigentlich, ehrlich gesagt, gedacht habe, schon immer da war. Battlefield, auch wenn ich kein ausgewiesener Battlefield-Fachmann bin, ich rede hier wirklich als Casual-Gamer, der gerne Spaß dran hätte. Battlefield war für mich immer das Game, wo ich Dinge zerstören kann. Wo Dinge in die Luft fliegen, Panzer, Helikopter, Kampfflugzeuge, Schiffe, Boote, Raketenwerfer, Minen, Wände, die einreißen, Dächer, die auseinanderfliegen, Gebäude, die ineinander stürzen, die Menschen begraben. Das war Battlefield für mich. Und so war auch die Promo für Battlefield 42. Und jetzt soll ein System da reinkommen, was abhängig von der Kalibergröße eurer Waffe, also Kaliber, für alle, die es nicht wissen, oder die meisten werden es wissen, jede Waffe hat ein verschiedenes Kaliber, 5-5-6 Kaliber, 5-5-4 Kaliber, 7-6-2-3-9, 7-6-2-5-1. Je größer das Kaliber, kann man grob so sagen, desto größer die Zerstörungskraft der Waffe, der Kugel. Und in Battlefield soll es jetzt eine Zerstörungstechnik geben, eine Kaliber-Based Destruction System. Was bedeutet, ihr könnt Teile der Umgebung in Zukunft zerstören und braucht keinen Raketenwerfer mehr dafür. Umso größer euer Kaliber, umso mehr Möglichkeiten habt ihr, vielleicht Wände einzuschießen oder Sonstiges. Wenn das vernünftig als Mechanik ausgeführt ist, kann ich mir sehr, sehr geil vorstellen, dass das Spaß macht, weil das Problem ist, wenn man für Zerstörung immer auf ein Fahrzeug oder einen Raketenwerfer angewiesen ist, beschränkt das die Waffenwahl und die Möglichkeiten, die man als Charakter eben auswählen kann. Als Zusatzmodus zu den ganzen normalen Rush-Modi und den Conquest-Modus und alles, was ihr da im Battlefield kennt, soll, und jetzt haltet euch fest, die Erderhälfte wird jetzt schreien vor Freude und die andere wird einen Orgasmus bekommen vor Heulkrämpfen oder andersrum, es soll ein Free-to-Play-Ableger dazukommen, den ihr unabhängig davon, ob ihr den Multiplayer von Battlefield kauft oder nicht, spielen könnt. Und zwar soll es ein Battle Royale sein. Ehrlich, Leute, Battlefield ist, was Battle Royale angeht, locker fünf Jahre zu spät. Und ich kann jetzt schon sagen, und diese Aussage dürft ihr sehr, sehr gerne jetzt hier speichern, aufschreiben, könnt ihr euch den Kalender schreiben. Wenn Battlefield tatsächlich nächstes Jahr released mit einem Battle Royale, wird mindestens dieser Battle Royale brachial scheitern vom ersten Tag an. Einfach, weil wir über die Zeit von Battle Royale hinweg sind. Selbst Warzone kriegt das Mitspieler in Spielerzahlen. Battle Royale sind mittlerweile ausgelutscht. Das Spielerinteresse generell ist deutlich abgesunken im Gegensatz zu den letzten drei, vier Jahren. Und jetzt zum ersten Mal mit auf dieses Boot aufspringen, was schon zumindest nicht mehr auf ruhigstem Fahrwasser ist, ist eine brachial dumme Idee. Egal, ob es Free-to-Play ist oder nicht, man muss immer bedenken, auch wenn so ein Game Free-to-Play ist, die Entwickler, die ja bei DICE und EA arbeiten, werden natürlich dafür abgezogen. Die werden ja nicht doppelt so viel einstellen, was bedeutet, dass das Kerngeschäft, wo du Geld verdienen kannst, wo du Qualität brauchst, der Multiplayer mit dem normalen Modi natürlich hinten anstehen muss. Dazu gibt es auch schon Images tatsächlich. EA hatte vor kurzem den Investors Day. Das ist wie bei Activision dieser Investor Call, wo die Leute, die bei EA eben mit investiert haben, mitgenommen werden. Bei Activision ist es, glaube ich, im Quartal, wenn ich mich nicht irre. Bei EA weiß ich es nicht. Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Und da werden die Investoren mitgenommen für die nächsten Projekte, die kommen. Ob das jetzt FC25 ist, also ehemals FIFA oder eben Battlefield. Und denen wird gezeigt, guck mal, daran arbeiten wir gerade. Das ist das Geld, was ihr investiert habt. Wir machen das und das daraus. Und die Investoren sind meistens halt daran interessiert, dass eben möglichst viel Gewinn rausspielt. Weil wer investiert, möchte Dividende haben. Und wer Dividende bekommt, freut sich drüber. Und diese ganze Artwork hier wurde da vorgestellt. Und dieses Artwork wurde dann der Community mehr oder weniger auch dadurch gezeigt. Und es gibt sehr viel Skepsis in der Bat-Defeat-Community, weil 2042 einfach so unfassbar schlecht war. Und ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen, wenn ihr jetzt in der COD-Community bei uns fragt, was ihr vom nächsten COD haltet, sind die Leute auch nicht mehr wie ganz früher so, endlich neues Game, geil, Call of Duty, ein Jahr mit den Jungs. Sondern die sind so, ja, mal gucken, ob ich noch ge-shadowbunt bin. Also der Switch von der Vorfreude der Kern-Community hat sich in den verschiedensten Communities extrem geändert. Und hier ist es so, wir haben hier Standard-Soldaten in dem Ganzen. Und einer der User, und das ist hier jetzt in dem Artikel nur ein Beispiel, sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erfrischend es ist, einfach einen richtig standardmäßig aussehenden Soldaten in einem Battlefield zu sehen. Ein anderer schreibt dann, das ist genau die Atmosphäre, die man von einem Battlefield-Spiel erwartet. Und dazu gibt es verschiedenste Motive, es sieht aus wie hier im Nahost-Konflikt von damals. Das ist schon alles, muss man ganz ehrlich so sagen, nicht so schlecht, denn, klar, es ist nur Artwork, das sagt noch nichts über das Game aus, das sagt noch nichts darüber aus, wie groß es ist. Aber, wenn man Community und Spieler von Anfang an schon mit Artwork abholen kann, weil es in die Richtung geht, die man sich als Battlefield-Spieler vielleicht vorstellt, macht man als EA und DICE nicht so viel falsch. Auf der anderen Seite, und das soll das Schlusswort von mir sein zu dem Thema, Delta Ops oder Black Ops oder Black Code oder wie auch immer es jetzt mittlerweile heißt, wird dieses Jahr für PC erscheinen. Playtest beginnt, und das sieht aus wie eine Beta für mich, die wohl durchgängig anhalten wird. 14. Oktober aktuell. Und dann erstes Quartal, Januar, Februar, März 2025, erscheint es auch noch für Konsole, für alle mit Controller. Der Battlefield-Modus von Delta Ops hat das Original Battlefield von 2042 für mich um Jahre, um Welten geschlagen. Und wenn dieses Game aus der Alpha jetzt in die Beta kommt und auch nur annähernd, annähernd so gut ist, wie es im Alpha-Test war. Und dieser Alpha-Test von Black Hawk hat unfassbar Spaß gemacht. Mir wird ja gerne vorgeworfen, ich kritisiere jedes Game. Dieses Game hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Der Battlefield-Modus genauso wie der Attraction-Based-Modus. Dann muss ich euch sagen, wenn die sich auf dem Markt nächstes Jahr ein bisschen etablieren, das mit Pay-to-Win nicht übertreiben, was zum Beispiel Arena Breakout leider macht in China, dann ist eigentlich fast egal, wie gut Battlefield wirklich sein könnte nächstes Jahr. Dann hat man einen richtigen Konkurrenten, den man in dem Genre bisher in der Art noch nicht hatte. Und eins haben wir in den letzten Jahrhunderten gelernt, Leute. Konkurrenz belebt den Markt. Umso mehr Konkurrenz, umso eher profitiert der Kunde. Und die Kunden seid ihr und ich. Und damit ihr meine Kunden bleibt, lasst doch gerne ein Like auf dem Video. Das Video hat mir sehr viel Spaß gemacht irgendwie. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, genießt den freien Tag morgen. Und denkt dran, Champions League Sieger 2025, Schäppi and the BVB. Haut rein.